Guten Tag, dieses Buch ist vielleicht das wichtigste Buch, was man über die Seefahrt gelesen haben sollte. Neben meinem, der Schwarze Wal natürlich. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn man nur ein Buch über die Seefahrt lesen sollte, dann sollte es dieses sein. Josef Konrad, der Taifun. Ich habe es vor über 20 Jahren das erste Mal gelesen und seitdem habe ich es nie vergessen. Der Taifun hat quasi ein Eigenleben in mir geführt. Autor Josef Konrad war eigentlich Pole, lebte aber in England und fuhr zur See. Was seine Geschichten so besonders macht, die Gesellschaften auf See, also ich sehe Leute auf den Schiffen oder die anderen Menschen dort, verhandeln eigentlich die Gesellschaft selbst. Also anders gesagt, die Storys weisen immer über sich hinaus. Es sind nicht nur Abenteuer, Seefahrtsgeschichten, sondern viel mehr als das. Und eben das tut auch der Taifun. Es ist eine Erzählung, dieses Buch hat nur 130 Seiten und es handelt von einem britischen Schiff, das in chinesischen Gewässern unterwegs ist und Tagelöhner nach Hause bringt. Eben sogenannte chinesische Coolies. Unterwegs trifft man auf einen monströsen Sturm, eben dem Taifun. Der Kapitän wird so ein bisschen als Einfallspinsel beschrieben, der humorlos ist, fantasielos, nur das Nötigste spricht und ein sehr schwieriger Vorgesetzter ist. Immerhin, er tut seinen Job. Der erste Offizier dagegen ist ein junger, dynamischer Typ, der Ambitionen hat, sympathisch ist, wenn auch mit einigen Schwächen, aber auch mal Kapitän werden will und Charakter hat. Durch seine Perspektive wird die Story auch erzählt und das liegt vielleicht auch daran, dass Josef Konrad sich selbst in diesem Charakter gesehen hat. Und jetzt kommt, Achtung, Spoiler, der Kapitän ist es, der entgegen der Leseerwartungen das Schiff vor dem Sturm rettet und nicht der erste Offizier. Der junge Held muss hier ordentlich Lehrgeld zahlen. Damit hat mich Konrad vor 20 Jahren einfach nur umgehauen. Diese Entwicklung ist wirklich völlig unerwartet. Der Kapitän mit seiner banalen Augen zu und durch Strategie hat recht, der erste Offizier mit seinen Vorschlägen nicht. Auch die Vorschläge im Handbuch, im Seemannshandbuch verwirft der Kapitän, dass man den Sturm irgendwie umfahren sollte und berechnen kann. Das gäbe alles nur noch mehr Probleme, sagt er. Das Ganze gibt so viel nachzudenken. Zum Beispiel wie mit Angst umgehen. Vielleicht ist es das Beste, wenn man sich hier einfach irgendwie versucht zu stellen. Oder wir lernen, dass nicht der sympathischste Charakter eine Krise meistert, sondern der beständigste Charakter, der vielleicht auch ein bisschen unsympathisch ist. Und was man auch vielleicht lernt, ist, dass unter schwierigen Bedingungen wie Krise, in einem Sturm oder generell unter großem Druck die einfachsten Dinge plötzlich sehr schwer werden. Das ist etwas, was ich auch schon erfahren habe. Beispielsweise beim Musizieren. Wenn man ein Stück einübt und es gerade so kann, reicht es nicht, es aufzuführen, weil auf der Bühne wird man garantiert scheitern. Denn der Druck ist dort größer. Man muss es so gut können, das Stück, dass man es im Schlaf beherrscht. Und dann klappt es auch auf der Bühne. Vielleicht ist der Taifun aber auch nur ein Ratschlag. Wenn er einen Sturm aufzieht, muss man ihn einfach aushalten. Die Novelle verhandelt auch noch andere Konflikte mit den Kulis etwa. Aber das sind Details, die ich jetzt einfach mal weglasse. Das Buch ist auch so schon spannend und erkenntnisreich genug. Wie komme ich eigentlich auf das Buch nun? Ich traf auf der Berliner Buchmesse zufällig den Verleger, der dort saß. Ich sah das Buch der Taifun und war sofort begeistert. Martin Regenbrecht heißt der Gute. Es ist ein Verlag und er hat es auch übersetzt, das Buch und bringt es raus. In dieser Übersetzung kann ich es auch empfehlen. Es ist sehr feinfühlig übersetzt und es ist echt nicht einfach gewesen, glaube ich. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Martin Regenbrecht kann wahrscheinlich auch noch viel mehr über dieses Buch sagen. Ich nur noch so viel, man sollte es kaufen und es im Bücherregal stehen haben. Vielen Dank und bis gleich.